Die anderen Crafting Benches kannst du ignorieren, die waren nur für das andere Zeitalter, das waren im Prinzip die billige Crafting Benches, wo du mit dem Crafting Stein draufhauen musst, den du ja nicht mehr brauchst, weil wir jetzt endlich schon Crafting Blöcke, also Werkbenke bauen können. Du weißt gleich, wie gut es dir geht, Ghost. Ja. Wie geht's gut? Spiel das Wodpack mal von Anfang an. Ja. Dann kannst du nämlich nicht mal eine Werkbank bauen. Guck dir einfach mal den 7-Stunden-Stream an. Ja, oder das, wenn du das nicht gemacht hast. Hast du ein Ei bekommen? Ja. Du hast ein Ei bekommen? Ich hab ein rohes Ei bekommen, ein rohes. Eieieiei. Ähm, kannst du eh nichts mit anfangen, außer du wirfst gegen die Wand, dann hast du ein Spiegelei, das musst du nur noch in den Ofen hauen, dann kannst du auch was essen. Äh, was ist das denn? Ich krieg das hier nicht in die Schwellen, ich sterbe gleich. Wurde euch an was. Äh, wie aktiviert man dieses Güss, Güss, Güssi? Hat doch eigentlich was eingestellt. Ressourcen-Paket, weil, es trölt mich nie wieder an. Dank für den Entschluch, Dank für den Entschluch, Dank für den Entschluch. So, Becker, dann... Ach mann... Ich hab'n Apfel. Apfel, ich hab'n Apfel. So, jetzt muss ich nur gucken, wo hab' ich, ähm, auf der anderen Seite, glaub' ich. Aua. Ich kann's mit nem Stein hier alles abbauen. Steiner bauen, musst du ne Axt machen, haha. Ne, oh mann! Spitz-Axt. Also ne, ja, ne Spitzhacke, genau. Ich weiß ja nicht mehr, wie man ne Spitzhacke baut! Ja, wie man halt eine Spitzhacke baut. Ja, ich hab' die in Rohstoffe doch, aber es geht halt einfach. Dann geh' mal auf E, also ins Inventar, und dann kannst du unten im Suchfeld eingeben, wie, wie's funktioniert. Da kannst du's auch eingeben. Ach, Entschuldigung, schlagen! Hm? Schiffi, du bist böse. Gut, okay, dagegen kann ich jetzt nix sagen, das passt schon. So, komm, steck rein! Apfel drin. Und ich glaub', jetzt muss ich, genau, Blut opfern. Okay, äh, Schiffi? Ja? Ich komm' nicht raus. Oh, warte. Aua. Hier! 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 Schneller! Hallo! Der Dorfbohler, der da noch mitkommt. Hast du denn schon ne Waffe, Ghost? Ich... Äh... Nö. Nö. Ja, bitte, bitte. Nimm die hier mal. NICHT! Danke, jetzt hast du noch. Ähm... Wirf den mir mal her. Nimm mal die Waffe. Essen? Äh, ne, ne, nicht essen, bitte mir geben. Äh, und, äh, du darfst mich aber gerne dafür töten. Nimm die Waffe, töte mich. Mach Spaß! Mach Spaß! Mach Spaß! Äh, du musst Rechtsklick drücken, Ghost. Ja, Rechtsklick! Hä? Mach doch! Mehr Rechtsklick! Ja, tötet mich! Ja, tötet mich! Mehr Rechtsklick, Ghost! Ja, tötet mich! Ja, tötet mich! Eigentlich war das eine Selbstmordwaffe. Warum hast du dich damit nicht selbst umgebracht? Er hatte noch ein Problem oder so. Aha. Na gut. Mano, was macht ihr mit mir? Dich umbringen. So. Äh, Apple of Lofty Stato. Muss ich den jetzt futtern? Ne, das reicht so. Äh, so, Abysselcraft, Craft Necronomicon. Genau, das war das. So, ja, das Fleisch hast du jetzt. Ja, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe auch. Äh, ne. Necronomicon. Hey, 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 gut jetzt, gut jetzt, gut jetzt, gut jetzt. Ich bin gerade am Craften, genau. Das ist eine Selbstmordwaffe. Wie denn? Also. Rechtsklick halt. Rechtsklick. Oh! Der wird mich umbringen! Ich? Ich würde sowas nie tun, hallo? Warte, warte! Gib mir die Waffe, ich will Blut wenden. Ich wende ihm gerade Wälderblut. Er wird mich selber... Oh, was warst du denn da? Wie? Wie? Was? Oh, oh, guck mal, er lernt dazu. Was? Verdammt, ich wollte mir gerade was zu futtern holen. Hör auf! Hör auf! Oh, okay. Oh, okay, wie war das? Blacklist? Blacklist? Wer ist das denn? Das ist, äh, Imbalance. Ja. Warte, 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 warte. Hier, noch D doch. Hier, noch D doch. Was ist von da? Ich hab' mal Rasse! Hast du dich gerade geschlagen? Nein. Doch. Okay. Oh, boah! Alter! Irgendwo ist hier unten drunter... Äh, grüß dich mal her! Lass' ihn doch! Der Arme, der will doch mitspielen! Lass' ihn doch! Hallo! 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 So, okay. Nochmal. Ähm, voll ablenkend, der, 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 äh, Dingens ist gerade... Necronomikon, genau. Necronomikon, genau. Ich bin ablenkend, das war jetzt gemeint. Wir brauchen noch Plant Closed, genau. Okay, das kriegen wir hin. Schön ein Stich in den Finger genügt. So. Ähm, wenn du da rechts klickst, mach das bitte. In der Nähe vom Blutaltar, damit der auch schön Blut ausfüllt. Genau. Ich, ich wollte noch Blut spenden. Wo, wo ist denn dieser Blut-Altar? Äh, da wo ich, äh, stand am Anfang. Ah. Wo der Apfel war, genau. Da wo ich ihn töten wollte, natürlich. Ja, ja. Da wo ich nicht getötet habe. So, ich wollte die Gipfel... Oh, oh, oh. Dann müssten wir ja unten noch was haben. Ajo, 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 ajo. Blut spenden. Warte mal zu! Okay, nein, 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 alles gut. Ja, alles gut, alles gut. Okay. Ja, okay. So, war jetzt so gut. So, langweilig nicht, aber... Achso, ja, gut. Ich lese, ich lese. Äh, äh, der, ähm, 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 der, ähm, der, ähm, der, ähm, der, der, laut Füße hat mir auch was geschrieben. Aber das kann ich natürlich jetzt nicht lesen, ist egal. Machen wir später. Ähm, hier haben wir diese Plant Fibers. Gäse, äh, jäh, 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 jäh. Äh, hin... So, so, so. Komm, komm, na, 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 na. Um das sind hoffentlich auch nicht die Richtigen. He, 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 he. Ghost hat Spaß. Ghost hat Spaß. Nein, Spaß jetzt. Jetzt mal, jetzt mal, äh, Spaß beiseite. Du hattest bestimmt noch ein halbes Herz oder so. Spaß beiseite jetzt auf gut Deutsch und, äh, ich mach mal hier voll keine Herz. ich weiß spätestens im atomzeit also gibt es eine rache groß gesagt dass wir über zu spielen okay okay dann passt das ja sehr schön mein gott du hast einen eiweißschwiegel kaputt gemacht meine meine schönen fünf extra herzen warum liegen jetzt so viele todes kompannten necron nomikron haben wir auch das buch der toten haa forbidden knowledge spellbook rituale informationen getting started normal und so weiter ich hoffe das kriegen wir auch anders hin was jetzt abysselt kraft trophy case zu perform dark rituals you will need to collect statues to power your necronomicon find a socker flair in the swamp and river biomes after sex more and they will eventually erect a monolith with the statue feind des sockers waren die sockers nicht diese komischen schwarzen viecher keine ahnung ich gelob schon müssen wir einfach mal nur noch jetzt ist dunkel will jemand mit hin gehen ich gehe ins cp wird ich glaube auch schon ja ich spannen zwei reichen zwei reichen alles gut so ich gehe mal gucken ob ich hier wo ich das nächste oder letzte oder was auch immer finde bin natürlich voll wie voll wenig gutes aber das ist ja nichts neues was willst du finden überraschungsfleisch war das überraschungsfleisch erstmal ich brauche diese sock auf dinger bei den sock auf dingern brauche ich irgendwas von denen okay ich lege mir ein bisschen kompass wieder runter wer lädt sich kompass runter? nee ich habe den ein bisschen kompass wieder runtergelegt ach so kompass genau alles klar nee den brauche ich nicht der führt da ja leider nicht hin ich habe immer noch das knochenmehl einstecken danke danke bütteschön äh das war drück mal M wenn du das universum sehen willst ja äh ghost da gehen wir später hin ja das machen wir später alles in 100 jahren genau wenn wenn wir soweit sind dann reisen wir durch das all aber ja genau das wird noch ein paar streams dauern wir sind noch in der steinzeit also brauche zeit leute ich weiß nicht mal wie man craften und ihr redet mir was von universum ja sogar flair okay das universum prospektoriere noch ein bisschen mit nebenbei ich mach mal den ich fahr mal den fluss in anführungsstrichen ab beziehungsweise ich laufe ihn halt ab äh und äh hoffe irgendwo irgendwann irgendwie mal irgendwo hin zu kommen da hinten sehe ich ein häuschen da ist meistens ein bibliothekar drin äh der ist in lichtweite von unserer bude wenn da jetzt ein bibliothekar drin ist wäre das richtig lustig ein bibliothekar haben wir ja 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 genau ich wollte gerade sagen aber weil du vorhin so lange gesucht hast ich habe extra einen entführt ja das kennen wir ja von chefie dass ich wieder irgendwelche leute für den frieden entführe ja für den frieden ja tatsächlich da hier ist jemand drinnen und es ist ein kartograf genau hier kann man auch noch einen atlas holen also falls jemand atlas braucht kriegst du hier mach mal die bude zu zum fall dass jemand in der nähe ist und es nacht wird und unser äh typ stirbt wäre ja auch doof jetzt wollen wir ja nicht jetzt habe ich vergessen was ich wollen wollte ach so ich wollte dem fluss folgen genau folg dem fluss folge dem fluss und fahre bus auf dem fluss folge dem fluss ist fisch ja ist fisch oh guck mal schwebende steine cool naja hier fließt es noch länger den fluss entlang wow 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 so ich suche sie also wie gesagt im notfall könnte mich auch jemand begleiten aber obwohl mit einem viech kam ich ja klar ich hoffe dann natürlich auch mit mehreren klarkomme irgendwann müssten wir halt mal darüber nachdenken uns eine rüstung zu machen so kannst du mir gleich helfen zu kraft nein wer wem du gehst in den chillen schiffi will dir helfen ist okay okay will ich das du willst ja ich will warte was ich herritte dich gerne ghost warte was warte was ja in worm 2 wollte er heute nicht heiraten nee das ist okay nur fuck nur weil du gegen drei leute krieg hast und sie vor deiner hauptstadt stehen vor der letzten wo ich habe den eingang finden sehr schön nur den eingang finden alles ausreden ich glaube ich habe auch den eingang gefunden ok jetzt müssen wir nur hier einen safe weg nach oben machen dass wir auch immer gut rauskommen und man sollte dem ding nicht den rücken zu stehen was brauchst du denn nicht hole in the blue hands and right feet in the block aha irgendwie sind das magische steine nee was ist das hole in the blue hands nee so nee jetzt schlägt der junge mich auch noch dafür kann ich nichts das war ich nicht echt wo sehe ich so vielleicht will ich ja jetzt holz nee auch nicht du brauchst mal Axt halt nur eine normale Axt wie Minecraft stein Axt kein Axt auch Stock Stock und Cobblestone aber ich kann auch kein Cobblestone abbauen wenn ich nichts habe äh dann musst du mal gucken im Inventar irgendwo müsste welche rumliegen eigentlich wenn nicht dann musst du mal ganz kurz den Schäfi fragen dass er da welche abbaut ja ich baute doch gerne welchen Abkurs weil ich möchte auch schon wissen wie man sich ein anfangs äh Werkzeug baut da äh ja dafür brauchst dafür brauchst du Feuersteine da musst du die Feuersteine auf so einen Stein hauen damit du Feuersteinsplitter bekommst dann musst du daraus wieder was okay einfach mal ganz kurz ganz 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 kurz woher soll die Feuersteine kommen äh äh ja genau den kannst du jetzt aus der Hand abbauen so ich krieg jetzt Viecher Viecher Alarm also liegen die rum vom Boden oder was Alter die können abbauen mal gucken der verletzt hier die ganze Zeit und geht äh komm ich wieder wo ist das nochmal ne ja leider Schwefelpulver ja ok oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein hey ein Speilett der keinen Bogen hat das ist so ein Feiner hm ja 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 komm der nächste ne ah ich weiß auch glaube ich noch einen ah ah lol indianer ein Zipi so der nächste äh ich weiß gar nicht ob ich die Viecher brauche oh es sind hier viele drin hm hm ich versuche nochmal Sinkklumpen so komm raus kleines komm oh die bauen die bauen ihre ganze Hülle frei woher finde ich denn jetzt Feuerstein Splintstone hast du eigentlich äh das Ding jetzt sagt ja hast du genau genau dann kam ja Alter wie viele sind die da drin Alter wie viele sind die da drin ja ich scharf halt ne ja ist halt scharf ja ich bin doch auch der Charm wenn ich den Chilch holte jetzt soll er sich nicht mehr so anstellen Mensch da kann ich ja auch nicht für wenn du so ein Weichei Char hast ja wenn du so wenig auszählst genau ah ich sehe sogar ob ich Obst, Getreide, Eiweiß und Gemüse zu mir nehme ja ich muss ja sogar hier auf meine Ernährung achten naja sag ich seh ja ja das macht er nicht nur ja was können wir dafür wenn du das noch nicht mal im real life machst ja genau eh zeig doch jetzt mal Sock of Flash haben wir schon ein paar äh ich weiß gar nicht was brauchte ich eigentlich von dem Sock of zeug ich habe es vergessen Ich habe einen Feuerstein hier aus der Droge geklaut ich mach einfach weiter ich klopfe noch mal was ich könnte auch eben ein paar Steine geben ne aber ich will mich auch erstmal hier rausfinden und proben dass ich etwas klaue wie ich Feuerstein überhaupt was herbekommen ja jetzt brauchst du brauchst eine Flint Headshot erst mal oder eine Flint Pickaxe genau aus Feuerstein und Feuerstein kriegst du halt der kriegt den Feuerstein ja Leute in dem du Gravel so lange abbaust bis da irgendwann ein Feuerstein rauskommt oh perfekt mit der Hand einfach Blöcke abbauen es gibt doch so ein Sieb ja genau das geht auch und den Sieb muss ich auch erst mal bauen und wie ich kann dir mein altes geben aber das Ding ist wenn ihr mir Sachen gibt dann könnt ihr lernen ich ja nicht wie es raus dann brauchst du zwei Plantoints und zwei Sticks ok das habe ich so gemacht mhm mhm das habe ich so gemacht so dann geh ich jetzt hier mal zurück so war auf hier Junge oh mein Schwert ich muss mein Schwert reparieren wie soll ich das denn jetzt so machen und geh mal ein Stück zurück mhm wie soll ich denn jetzt hier ein Sieb bauen ja wir glauben ja wir glauben an dich und Wicho nein ich such dann jetzt einfach nach einem Sieb gibt es gar nicht ja das heißt ja auch anders ja genau ich frage mich nur wie ich weiß ich nicht mehr denn Grasp Fiber Mesh oder sowas ja Mesh genau Mesh da muss ja auch schon alle durchghost genau ah ja ja so ich kriege jetzt jede Menge Sock of Flasch ich weiß gar nicht ob ich das brauchte ist aber erstens zweitens und drittens und drittens viertens so ich brauch mal ein bisschen Stein gut da wurde ich einfach geschlagen ja und nicht von mir gewalt in der Ehe was ja seit das doch na herzlichen Glückwunsch wir zwei ich freu mich ein bisschen danke wow ist das denn das so Rush Seeds Faden raus wollen wir jetzt nicht boah ey das ist halt immer mit den Mods so das ist immer so ja wie gesagt soll ja auch ein bisschen leicht schwer werden wenn ihr könnt geht mal pennen ja ich kann ja immer pennen nicht ist der Monster in der Nähe also ihr könnt nicht gut ne meinst du jetzt Ghost allgemein oder äh richtige Monster auch richtiger Monster frag ja noch das ist auch mein Ghost ist das größte Monster aber das war ne Beleidigung die nehme ich jetzt persönlich ok gleich das hier noch so so das das Schwert raus die Schaufel wenn wir schon mal am reparieren sind ok irgendjemand hat irgendwas gemacht ja ich was hast du gemacht und Untertitelung des ZDF für funk, 2017